Was haben Sie jetzt vor? Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Ich kann das nicht bis in eine Ewigkeit tun. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, in Sandio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstab-Bewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. gut gemacht! Untertitelung des ZDF, 2020 Incentive! Sie werden besser. Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Sie werden besser. Sie werden besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, da sind sie ja. Hallo Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort. Thick, es gibt Arbeit. Los. Professor Black, ich habe Sprechstunde und... Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. Fünf Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulalter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Was? Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Reveille. Entend! 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 Sebastian, da bist du! Da bist du ja! Entend! Entend! Ich war dabei! Entend! Und sag's niemandem! Ja! Ja! Später dann. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche? Die sind gratis. Probier ihn doch mal. So in etwa. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ganz leise. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Niemand darf uns sehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte, normalerweise. Aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtisches. Also folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Du sorgst für Ablenkung. Ich hole den Schlüssel. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Ist da jemand? Der Schlüssel. Hier ist er. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Geist, sei vorsichtig. Ich bin. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillenschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Geheimnisvoll. Geheimnisvoll. Seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves war es. Das war er dir. Das war er dir. Das war er dir. Verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen Jetzt geh, viel Glück bei der Suche Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere Depaar Okay. Das war Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war's. Wo führt sie wohl hin? Lumos. Lediote! Achia! Ich muss die Rune dort drüben erwecken. Incendio! Repare! Revelio! Ob ich die Rune mit einem Zauber treffen kann? Achio! Levioso! Repare! Oh! 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 Das war's für heute. Das war ja klar. Das Entwachen. Das war ja klar. Ab hier! Ab hier! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Was ist das? Was ist das? Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Was ist das? 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 Ich bin mir das nur eingebildet, aber... Sie wirkten so echt auf mich... Das war keine Einbildung... Percival, Professor Rackham. Kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenag. Bevor ich sie in dieser Magie unterweise, müssen sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir sie bitten, niemandem zu erzählen, was sie heute erfahren haben. Sebastian! In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon, teilte mir Piefs mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn sich jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Oh nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Untertitelung des ZDF, 2020